Jey, herzlich willkommen in Wolfsburg. Schildere uns mal so gerne deine ersten Eindrücke von der Stadt, vom Stadion im Hintergrund. Du kennst es natürlich schon, aber wie sind so deine ersten Impressionen? Soweit gut. Ich freue mich jetzt endlich hier zu sein. Allzu viel habe ich noch nicht gesehen von der Stadt. Was ich gesehen habe, war schön. Wie es hier aussieht, die Trainingsbedingungen sind top, was ich bis jetzt gesehen habe. Das Stadion, das kenne ich von den Spielen gegen Wolfsburg. War immer super und ich freue mich. Die erste Trainingseinheit habt ihr jetzt schon in den Knochen. Wie sah so deine Sommerpause aus? Wie schaltest du am besten ab? Erstmal hatte ich noch etwas länger mit der Nationalmannschaft zu tun. Danach bin ich dann in meinen Urlaub gegangen. Ich bin entspannt, in der Sonne natürlich. Winterurlaub ist nicht so meins. Es war wie immer ein bisschen zu kurz, aber jetzt freue ich mich doch hier zu sein und dass es losgeht. Wie war das erste Training für dich? Das erste Training war gut, hat Spaß gemacht, mit den neuen Kollegen auf dem Trainingsplatz zu stehen. Ich habe einen guten Eindruck. Kannst du schon vorab ein, zwei Nasen aus dem Team oder waren nur so von den Bundesliga-Partien bisher? Ja, mehr von den Bundesliga-Partien. Also so vorneweg kann ich jetzt keinen, aber haben mich gut aufgenommen, waren alle höflich heute. Du bist ein gestandener Bundesliga-Profi. Nationalspieler, kannst du uns so von deinen Vorhaben für die kommende Saison, deinen Zielen berichten? Ja, ich will auf jeden Fall der Mannschaft helfen mit meinen Qualitäten und das möglich auf dem Platz. Ja, guten Start dir, danke dir.